Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiners ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Mardin, sich mein Befehl zu widersetzen! Von allem Anfang an werde ich noch verraten und betragen worden! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Und jammern alle höheren Offiziere nicht gestiegen zu lassen, wie Stahle! Und doch habe ich allein! Sie und Grail müssen so bald als möglich aufbrechen. Verrat! Das ist ein Versager des Achmarazons! Aussehen! Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Himmler hat die Lübeck. Die Lübeck. Die Lübeck. Sofort! Jungs! WIPECKEI 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 Aber dafür, Mr. Marino, die Wunschtein! Parat! 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 Oh, no, what is going on? Welcome to Cesarai! Parat! PIGRO-HITAA! PIGROUNTIAL SPART PIGROUNTIAL FUUCKING SHOOF Das war's für heute. Verwandt ein meiner Person! Mönchstein! Sie ist ein Mortalist! Sie hat die Konktion in unserem Staat möglich gemacht! Sie ist ohne Ehre! Widerstand! Ich bin weggelegt! Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich bin weggelegt! Ich bin weggelegt! Ich bin weggelegt! Ich habe mich klar genug,